und ich krieg nix alles klar vielleicht irgendwas spezielles oder so muss man auch noch machen Hi sag Bescheid wenn ich helfen kann ich werde alles von hier oben im auge behalten danke für die hilfe Stephanie was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere das werden keine Gerüsten sein na dann schauen wir mal was die vielleicht wohl wollten richtig reingeschissen jetzt gerade tschüss tschüss ne ja stritte vorher nicht habe ich schon zum frühstück kriegt wie wollte ich mich eigentlich da ein bisschen neuer machen also Spinnensinne und das in der luft hallo die haben nicht mehr Schusswaffen gehabt finden wir raus was sie hier wollten ich weiß nicht was hier los ist mal sehen ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde klasse Stephanie ein Vogel hat gerade ein Speicherstick gestohlen vielleicht eine Taube ist das normal es ist Mistzeit, da überrascht mich das nicht ich glaube in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest super ich siehs mir an er hat Freunde toll gebt mir den Stick zurück ihr dreckigen Flugratten Flugratten tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent erstaunlich intelligent, ja? hey Tauben das mit den Flugratten tut mir leid machen wir ein Deal? was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt überdopple es na dann fangen wir sie mal an oh geil Vogelfutter aber sie hat den Stick nicht wahrscheinlich müssen wir hier genau alle drei und dann haben wir es also insgesamt alle vier so und gleich haben wir hier die Nächsten so wie wir uns hier rumschwingen das war's ich hab den Stick ah perfekt zurück zum Laptop mal sehen was Fisks Männer wollten na dann schauen wir mal bin gespannt vielleicht Kommunikationen durch Drogen oder so Drogenschmuggel wer weiß wer weiß anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen so könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen da fällt mir ein selbst ich nutze dieses Netzwerk Moment der Ladevorgang läuft noch es muss mehrere Zugangspunkte geben Stephanie du bist mein Auge am Himmel siehst du irgendwas seltsames im Park? oh fuck und einmal und zweimal nope 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 hier wirst du nichts mehr machen oh hey ich würde mich nicht dabei so freuen ja moderne Kunst ich muss sie vom Kasten fernhalten und Jess nein 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 da will jemand weitermachen das ist sicher nicht oh wolltest du dich schon anschließen oder was und Jess und weiter wir sind ja nicht rasend wir sind ja richtig schnell ich bin ja richtig geübt das merkt man extrem das ist wie ganz am Anfang was ich dir für Scheiße baut ab tschüss tschüss oh die ganze Arten mit dem Schild und alle uhrschnell mehr gemacht und tschüss so die Menschen in Manhattan können ruhig schlafen ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher bei der Band sie könnten mich gesehen haben oh nein sicher? ziemlich da kommen bewaffnete Männer verriegelt den Zugang und halte durch ich komme ich muss zu Stephanie bevor Fisks Leute da sind ich bin schuld dass sie hier mit drin steckt oh shit ich bin gleich da versteckt dich Hi Jungs Tschüss wir haben einen Bund ah shit den hätten wir locker flockig mehr machen können hey bitteschön und der wow fuck a mal zweimal wow wie ich diesen Rikbus drauf hab teilweise geil ja wow und ja wie Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel. Sturm auf die Burg. Und Leute, ciao.